Ich begrüße euch zurück hier bei Uncharted 2 Among Thieves. Oh Mann. Wir machen weiter hier beim Kloster, nachdem es beim letzten Mal wirklich zur Sache ging. Ich muss sagen... Oh, das sieht schick aus. Ich muss sagen... Ja, was soll ich sagen? Das, was mir am ersten Uncharted-Teil schon wahnsinnig gut gefallen hat, ist hier tatsächlich verbessert, ausgebaut und sogar, ja, vielleicht auf einen Höhepunkt getrieben worden. Denn so etwas wie im letzten Video, vor allen Dingen da der Level-Abschnitt-Kolonne, also, da war ich ja wirklich sprachlos, weil ich so konzentriert und so mitgerissen war. Unglaublich. Und es hat sogar ganz gut funktioniert. Nicht wahr, Elena? Und auch Elena ist auf jeden Fall wieder dabei und wie sie dabei ist. Oh Mann. Aber okay, jetzt wollen wir das Zarewitsch aufhalten. Denn momentan... Uah. Wer fehlt noch? Der letzte Truck ist nicht angekommen. Hat er den Dolch und damit den Schlüssel in seiner Kontrolle? Nein, ich lebe nicht. Ich bin tot. Das sieht nur so aus. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Äh. Ja, aber nein. Wir hatten ja keine andere Pistole dabei, aber dann nehme ich doch lieber die 92 AFS. mit mehr Munition. So. Oh Mann. Ist hier vielleicht mein Schatz irgendwo versteckt? Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So. Und ich muss sagen, das Springen finde ich richtig hübsch. Die Animation gefällt mir richtig gut. Ja, ja. Das Kloster. Oh Mann. Nee, die Armbrust nehme ich mal lieber nicht mit. Vorsicht. Soldaten. Sie haben uns noch nicht gesehen. Okay, Moment. Ich erledige die Kerle. Hier oben ist das eiskalt. Richtig. Hey. Erlebt. Hier oben ist das eiskalt. Ah, bis dann. Ich sag dir, ich hab was gesehen. Ach, das wird hier rein. Boah, weiß ich nicht, ob der sich das wirklich eingebildet hat. Da patrouillieren zwei. Wo geht der hin? Oh, bis dann. Oh, bis dann. Hey, hey. Super, super, oder? Oh Mann. Mit dem will ich nicht tauschen. Jetzt sind wir aufgeflogen. Aber weit gekommen. Elina, also wirklich. Wo denn? Oh, okay, da. Autsch. Autsch. Laverewitsch hat wirklich viele Leute. Das würde ich mal festhalten. Wie machen wir es am besten? Das blöde Geschütz. Das ist natürlich eine Idee. Boah, der entscheidende Schuss letztlich. Oh Mann. Oh Mann. Das muss ich jetzt mal ganz kurz zu lösen. Das muss ich jetzt mal ganz kurz zu lösen. Boah. Autsch Alles was wird dir nicht mehr geschenkt Definitiv nicht Probieren wir uns mal direkt hier lang Okay Boah, dieses blöde Geschütz Joa, Schrotflinte löst die Probleme Erledigt oder nur umgefallen Scheinbar erledigt Wo denn? Was machst du denn? Ohne sich an die Kante zu hängen Ach, ich wollte mich schon auf den Arm nehmen Das wird aber unnötig Oh Mann Fangen Ah, ich wollte es fehlen Autsch So, Mann Wie unfair Eine Desert Das ist der richtige Weg Okay Bitteschön Nein Oh Mann Ich hätte niemals gedacht, dass die wirklich stürmen Was für eine blöde Stelle So, nochmal hoch So, nochmal hoch Hoch da Hoch da Hoch da Höchst du momentan nicht So, jetzt aber Mann, Mann Mann, Mann Das ist der richtige Weg 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 Das wird sich nachhängen Das hört sich seltsam an Aber Es ist gerade wirklich Ganz komisch Es spielt sich gerade Ganz, ganz komisch Los, weiter Los, los Ah Komm schon Das ist der richtige Weg Nein, es darf doch nicht wahr sein, es ist mir einfach nicht gegönnt. Kommt schon. Wir werden hier einfach mal draufhalten. Entwarnung klingt schon mal super. Oh man, gerade eben als echt eine kurze Zeitverzögerung. Jetzt geht's wieder. Ganz seltsam. Ja, ich komme sofort. Nee, die M4 ist mir lieber. Das war ja gruselig, Leute, ich konnte gar nicht richtig zielen. Naja. Okay. Kurbeln. Hurra, Kurbel, Kurbel. Hurra, Kurbel, Kurbel. Wo soll ich Falle denn hin? Ich halte fest, du zuerst. Okay. Das war knapp, aber gut. Sehr knapp sogar. Da geht's tief runter. Dieser Balken ist wohl der einzige Weg rüber. Oh. Ich glaube, da unten ist ein Seil. Okay, warte. Ich gehe runter und werfe es dir hoch. Der Balken. War da gerade Schatz? Hier ist ja so eine typische Schatzecke, oder? Nicht? Fand ich jetzt schon. Oder... Oha, Nathan. Mach keinen Quatsch. Oder hier vielleicht? Oder hier? Kein Schatz? Schade. Na gut, dann probieren wir es mal. Runter zum Balken. Sieht ja sehr vertrauenserweckend aus. Ah, okay. Ihr habt gesehen, der hat da hingeguckt, da kann ich jetzt aber nichts für. Ich glaube, da unten ist ein Seil. Hm. Glaube ich auch. So. Ah, ah, ah. Um Gottes Willen. Meine Güte. Du sagst es. Ja, der vertrauenserweckende Balken. Ich glaube, ich würde da nicht rüber gehen. Und ob das Kloster hier der finale Schauort ist, ich weiß es gar nicht. Okay, hier ist das Seil. Fang! Schauplatz ist schöner gesagt. Ja, dann geh du mal oben lang. Ich gehe über den Balken. Oh, Mann. Schon Wahnsinn, oder? Elena? Achso. Ah, wow. Habt ihr das gesehen? Bist du bescheuert? Meine Güte. Habt ihr das gesehen? Darf nicht wahr sein. Achso. Wow. Oh Gott. Da rüber. Und nach hinten. So. Supi. Du musst eben springen. Ich fang dich. Okay. Ich hab dich. Also ich kann Elena da verstehen. Ich hätte auch Angst. Komm, hier rüber. Okay. Los, hilf mir. Wir drücken mal. Okay. So, wird aus dieser gruseligen Dämon-Statue eine Treppe. Oh, Mann, wir können da raufklettern. Komm schon. So. Was soll denn das Zeichen? Das Teufelszeichen, oder was? Gruselig, gruselig. Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Das sieht schon so aus. Woher denn? Achso, das war hier schon. Jetzt verstehe ich. Oh, Elena, du hast gut reden. Oh, ich sehe einen Schatz. Da funkelt's. Aber vielleicht hier auch schon. Kommst du da nicht drauf? Schade. Aber es sieht schon toll aus, oder? Von der Umgebung her. Das nenne ich mal ein Bergkloster. So, den Schatz nehme ich auf jeden Fall mit. Hier runter und hier rüber. Ganz einfach. Ah ja. Silberes Opfergefäß. Mit Kirsche obendrauf. So. Oh, Mann. Boah, Elena ist echt gut unterwegs mittlerweile, oder? Hoffentlich werden wir sie auch in Drakes Deception wiedersehen. Im dritten Teil von Uncharted. Verschlossen. Unmöglich, hier durchzukommen. Okay. Ich suche einen anderen Weg. Von der anderen Seite. Du wartest. Sei aber bitte leise. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Leise? Okay. Geht klar. Sie hat ja gut reden, ne? Sie hat ja gut reden. Sie wartet hier. Schön, wenn wir uns wieder hier... Ihr wisst schon. Die Beine brechen und so weiter. Oh, Mann. Nicht da lagen, Nathan. Hier rüber. Hoch und bitte hier rüber. Hier rüber. Uah. Ich glaube, wir springen am besten hier rüber, oder? Ja. Das geht auch. Oh, Mann. So. Und dann kommen wir hier hoch. Meine Güte. Wahnsinn. Vor allen Dingen im Vergleich zum Vorgänger sind die Klettereinlagen wirklich der Wahnsinn. Wow. Den roten Brettchen vertraue ich nicht mehr. Oh, Mist. Leise. Ganz leise. Achso, es war schon richtig. So. Oh, Mann. Kalt die Augen auf. Passt auf. Passt auf. Ganz leise. Okay, jetzt sind wir hier oben. Und jetzt. Bis dann. Ich sehe sie. Ja, das sollte eigentlich Schleichen sein. Hat nicht so geklappt. Okay. Schleichen es nicht so aus meinen. Ihr merkt das schon. Okay. Ich glaube, so viele sind das gar nicht mehr. So viel zu mich kann ich gewinnen. Ja. Hör auf, auf mich zu schießen. Sie explodieren. So Idioten. Noch mehr. Ja. Autsch. Boah, noch einer. Du kannst nicht gewinnen. Schloss, Lasschen. Armin, runter bitte. Munition, Munition. Aua. Keine Spur. Ach, komm, du bist du. In Ordnung. Tun nicht so, als wären wir ungesehen, Nathan. Oh, Mann. Scheiße. Nicht gerade leise. Das stimmt, der mit der Panzerpass. Autsch. Boah. Da haben die aber gut drauf. Also, ich muss schon sagen, die geht das echt stark. Vom Schadenswert her echt, wow. Das fand ich ganz so gut. Ein Schuss. Ein Schuss aber noch. Oh, Mann. Komm schon. So. Oh, die Schrotflinte. Ein starker Schuss damit und das war's. Okay. Ich darf es nicht übertreiben. Da passiert das hier. Da passiert das. Da kommt der Granat. Ich muss weg und dann wird's getroffen. Das ist nicht gut. Autsch. Oh, Mann. Eine Schrotladung. Das kennen wir aus Drakes Schicksal. Ich hab den doch erledigt. Autsch. Autsch. Das ist der gemeine Stelle. Diese blöde Schrotflinte. Ey, meine Güte. Das ist aber echt nicht normal, oder? Mann. was he? Feuer! Ah, ich will nicht spin. No Speck! Go! Busschen! Ja, ich muss es ein bisschen defensiver spielen. Ich will nicht noch häufiger sterben. Oh Mann, das ist so unglaublich, der Monitor wird ganz ganz kurz grau und es wird direkt tot. Das ist doch nicht wahr, oder? Oh Mann! In Deckung! So. Granate! Sehr knapp. Aber immerhin, wir leben noch. Ich habe aber auch so ein Pech, ne? Mann! Ich werde es aber unbedingt genau so hinbekommen. Komm schon, es muss funktionieren. Okay. Schleller! Oh Mann! Geh! Ja! Entdeck'em! Mann, oh Mann. War's das? Scheinbar. Oder? War's ne Menge mehr? Wer redet da? Bitteschön. Na, komm. Mann, oh Mann. Das war ne harte Stelle hier mit dem Turm. Hade, nee. Er Mach 7-1. Erlena, du machst das super, oder? Boah! Oh Gott! Oh Mann! Ah Mist! Da sind Schützen! Wir sind hier leichte Beute! Wir helfen dir auf die Leiter! Jaaa! Elena, komm schon! Na komm! Meine Güte, stell da oben mit dir! Hilf dir hoch! Oh Mann, oh Mann! Okay, hier! Dankeschön! Ich glaub, die Schützen kann ich nicht töten, oder? Da ist einer! Den hab ich ja gar nicht gesehen! Oh Gott! Ich geh einfach schnell weiter! Ich wollte grad sagen, als würde ich mich da nicht sehen! Autsch! So! Die Schützen machen mich ein bisschen nervös! Wir müssen über die Brücke rüber! Wir können jetzt nicht raus! Die Schützen erwischen uns sofort! Hey! Ich glaub, da oben ist ein Schütze! Ich versteh' ich nicht! In Ordnung! Ah! Ich glaube, ich verstehe, was sie meinte! Vielleicht können wir jetzt von hier oben aus selber die Schützen ausschalten! Ah! Ah! Nee! Damit einen Treffer! Wie gemein! Hey, fair bleiben! Ich versteh das nicht! Warum trifft er mich denn dann immer tödlich? Das ist der Antrieb. Und aus geht's. Oh oh, sie sind auf der Brücke. Tu nicht was, du das. Oh oh. Bitte halte Kiste, halte. Halte sie im Blick. Oh oh oh. Da komm. Das ist der Letzte. Wir müssen über die Brücke. Ja, ich glaube, jetzt ist es sicher, oder? Oh man, Leute. Tut mir leid, dass ich so wenig kommentiert habe, aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie anstrengend das Ganze hier ist. Das ist aber mal ein Showdown, oder? Meine Herren. Und jetzt scheint es auch einigermaßen sicher zu sein. Und wir haben da einen ganzen Turm zum Einsturz gebracht. Meine Güte. Da sind sie. Oh, dieser Drecksack. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen uns... Komm schon! Und weg ist sie. Genau hinter dir. Ja, beim nächsten Mal, Leute. Beim nächsten Mal. Ich brauche erstmal eine Verschnaufspause. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen hier. Uncharted 2 Amongst Thieves. Unglaublich, was wir hier alles im Kloster erleben. Und ich dachte tatsächlich, das Spiel würde mit dem... Ja. Mit dem Schließen des Kreises rund um das Zug und Glück tatsächlich ein Ende finden. Und dann kommt noch so etwas hier. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und hier geht es beim nächsten Mal weiter bei Uncharted 2 Amongst Thieves. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.